Und warum stehen wir hier in den Scheißdingen rum? Warum stehen wir hier in den Scheißkostümen rum? Mach ich rum, ich bin fast 50, sehe aus wie ein Flamingo. Weil wir wieder auf Tournee sind und die Tournee heißt Flamongos. Und das ist dann Verkaufszeit, oder was, wenn wir hier in den Kostümen rumstehen? Das habe ich gehört. Gibt's wenigstens auch Tickets? Natürlich gibt's Tickets. Wo? Ja, bei www.mundstuhl.de. Ja.